Christine, die beste Verteidigungsministerin aller Zeiten. Vor ihr zittern die Großen. Sie weiß, was die Ukraine braucht. Sie sorgt für die Schlagkraft der Truppe und für die Verteidigungsfähigkeit. Aber teilt die Viergelecht auf! Furchtlos mit Gespür für die Situation. Mitten in Europa tut ein Krieg. Damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die...